In diesem Video geht es um das Musical West Side Story. Ich erkläre dir die Entstehung, die Handlung und die Besonderheiten des Musicals. West Side Story ist ein Musical, das im Jahr 1957 Uhr aufgeführt wurde. Die Musik wurde von Leonard Bernstein komponiert, die Liedtexte wurden von Stephen Sondheim geschrieben und das Buch stammt von Arthur Lawrence. Die Geschichte basiert auf William Shakespeare's Drama Romeo und Julia und zeigt die Konflikte zwischen rivalisierenden Gangs in New York City in den 1950er Jahren. In der West Side Story gibt es zwei Hauptcharaktere, Tony und Maria. Tony ist ein ehemaliges Mitglied der weißen Gang Jets und Maria ist die Schwester des Anführers der puertorikanischen Gang Sharks. Die Geschichte basiert auf William Shakespeare's Drama Romeo und Julia Die beiden verlieben sich, was die Spannungen zwischen den beiden Gangs noch erhöht. Die Musik in West Side Story ist eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen, einschließlich Jazz, Klassik und lateinamerikanischen Rhythmen. Leonhard Bernstein nutzte die Musik, um Emotionen auszudrücken und die dramatische Spannung aufzubauen. Die Lieder wie Maria, America und Tonight sind heute noch bekannt. Die West Side Story behandelt verschiedene Themen wie Liebe, Hass und soziale Ungerechtigkeit. Sie zeigt, wie Vorurteile und Diskriminierung die Menschen entzweien können. Aber sie zeigt auch, wie stark die Kraft der Liebe sein kann, selbst in einer feindlichen Umgebung. Die Choreografie von Jerome Robbins spielt eine wichtige Rolle im Musical. Die komplexen Tanzbewegungen spiegeln die Emotionen und die sozialen Spannungen der Charaktere wieder. Robbins verwendete Tanz als eine Form der Kommunikation, die die Handlung vorantreibt. Die West Side Story wurde auch als Film adaptiert. Die erste Verfilmung aus dem Jahr 1961 gewann zehn Oscars, darunter den für den besten Film. Seit der Uraufführung wird das Musical weltweit in vielen Theatern aufgeführt und bleibt ein beliebtes Stück in der Musiktheatergeschichte. Im Musical spielen Frauen eine wichtige Rolle. Charaktere wie Maria und Anita sind stark und unabhängig. Sie sind nicht nur Nebenfiguren, sondern tragen wesentlich zur Handlung bei. Ihre Entscheidungen und Handlungen haben großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Trotz des großen Erfolgs ist die West Side Story auch Gegenstand von Kritik. Einige Kritikpunkte beziehen sich auf die Darstellung der puertoricanischen Charaktere und Kultur. Dennoch bleibt das Musical ein wichtiger Meilenstein, der die Möglichkeit bietet, über soziale Probleme nachzudenken und Diskussionen anzuregen. Die erste Verfilmung wird der